Hallo meine Lieben, heute stehen wir wieder in der Küche und es geht zum ersten Video der Reihe nachgemacht. Und zwar machen wir heute den Protein-Pudding von Ermann nach mit dem Sahnetopping obendrauf. Am Ende werden wir auch die Nährwerte vergleichen. Ich bin schon so gespannt, weil das ist tatsächlich mein erster Versuch. Und so könnt ihr fast live mit dabei sein, wie mein erster Versuch gelingt. Oder vielleicht sogar auch misslingt. Und dann kann ich euch natürlich noch den einen oder anderen Tipp mit an die Hand geben, wie es vielleicht noch besser gemacht werden kann. Und ich bin schon sehr gespannt, ob es was wird, aber ich gehe mal davon aus. Bevor wir aber loslegen, abonniere hier unten erstmal meinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du auch kein Video mehr von mir verpasst. Wir brauchen 50 bis 60 Gramm Rettrit. Eine Vanilleschote, dann ein Whey Deiner Wahl. Ich habe hier das von ESM gewählt. Da probieren wir es jetzt einfach mal mit 30 Gramm. Dann 500 Milliliter Milch, zwei Eigelb. Und für das Topping natürlich noch Sahne. Als erstes nehme ich die Vanilleschote und entnehme da das Vanillemark und die Vanilleschote aber noch nicht wegwerfen. Das Vanillemark gebe ich dann mit zur Milch und gebe dann auch die Vanilleschote mit dazu. Die kompletten restlichen Zutaten zusammen mit 6 bis 8 Esslöffel Milch, gebe ich jetzt einfach in meine Rührmaschine und lasse sie jetzt einfach richtig schön cremig rühren. Und in der Zwischenzeit, das wird sicherlich jetzt auch 10 Minuten dauern, in der Zwischenzeit werde ich dann meine Milch einfach auf dem Herd aufkochen. Bevor die Milch dann aufkocht, auf jeden Fall noch die Vanilleschote entfernen. In der Zwischenzeit ist jetzt auch meine Eigelbmasse richtig cremig aufgeschlagen. Die kommt jetzt natürlich dann zu unserer kochenden Milch mit hinzu. Die aufkochende Milch nehmen wir einfach jetzt von der Herdstelle und geben dann einfach die Masse mit hinzu. Und dann kochen wir alles nochmal kurz auf. Wenn ihr dann denkt, die Masse ist sämig genug, dann könnt ihr die Masse einfach in eure Gläser füllen und vom Herd nehmen. Musik 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 zum abkühlen stelle ich jetzt natürlich die puddings einfach in den kühlschrank und in ein zwei stunden machen wir dann unser topping obendrauf wenn ihr wollt dass euer pudding keine haut bekommt einfach nur mit frischhaltefolie abdecken ganz dicht auf dem pudding und dann gibt es auch keine haut aber er riecht auf jeden fall schon sehr sehr lecker gegen ende der wartezeit schlag ich dann einfach schon mal die sahne auf damit ich die dann sofort auf meine puddings geben kann so sieht jetzt mein fertiger vanille pudding aus was mir aufgefallen ist beim auffüllen wenn man den pudding einfüllt dass er dann auf jeden fall noch etwas zusammensack deshalb sind es jetzt bei mir etwas mehr portionen ich habe es jetzt aber runtergerechnet auf vier portionen nimmt also ein paar etwas höhere gläser und gibt ein bisschen mehr rein damit ihr insgesamt vier portionen raus bekommt was ich auch festgestellt habe man muss den pudding gar nicht abdecken im kühlschrank der ich hatte ihn jetzt eine stunde im kühlschrank und hat auf jeden fall bis dahin noch keine haut bekommen und jetzt interessiert uns natürlich erst mal wie er schmeckt und dann schauen wir uns mal die nährwerte an richtig klasse also wirklich gut hier die farbe ist es natürlich nicht ganz so gelbstichig er schmeckt wirklich richtig fantastisch jetzt kommen wir noch zu den nährwerten und ich bin tatsächlich erstaunt und zwar ich rechne das jetzt einfach um auf den fächer also ich habe das jetzt von meinen verwendeten zutaten durch vier geteilt so dass ich sage ich habe insgesamt vier portionen selber habe ich jetzt natürlich auf mehrere kleinere portionen aufgeteilt dadurch dass der pudding hat hat dann dadurch dass der pudding am ende dann echt noch zusammengesackt ist das war eigentlich nicht der plan aber genau wir rechnen das jetzt einfach mal um portionsweise wäre das mit vier portionen kann man das auf jeden fall mit einem ehrmann tatsächlich vergleichen und das sind 200 gramm dran und 200 gramm da habe ich jetzt 162 kalorien beim ehrmann da habe ich jetzt zum vergleich bei meinem protein pudding 163 kalorien und das krasse ist ja die haben hier jetzt natürlich entramte milch genommen und ich habe tatsächlich voll mich genommen und von daher wenn man jetzt da tatsächlich noch kalorien einsparen möchte und man sich in der diät befindet und sagt okay mir kommt jetzt wirklich auf jeden jedes kalorien an dann kann man natürlich hier auf auf eine fettreduzierte milch oder auf eine entrammte milch tatsächlich auch zurückgreifen und dann sind die nährwerte natürlich noch besser fett haben wir hier auf 200 gramm 4,6 da bin ich jetzt bei meinen natürlich mit der vollmilch bei 11,4 wie gesagt wenn ich magermilch nehme dann kann ich das dann natürlich dadurch auch reduziert aber in der kohlenhydraten reduzierten ernährung geht es mir ja hauptsächlich darum die kohlenhydrate niedrig zu halten und weniger darum die fette einzusparen weil irgendein energieträger braucht der körper ja und das ist in der low carb ernährung einfach das fett aber wie gesagt da kann man natürlich an der stellschraube auch noch etwas schrauben kohlenhydrate habe ich hier auf 200 sind wir bei 10 das sind wir bei mir bei meinem und bei meiner variante habe ich 12,8 man kann bei meiner variante dann natürlich noch etwas mehr protein pulver mit geben dass ich dann auf jeden fall auch auf einen erhöhten proteinwert noch komme aber letzten endes bin ich mit dem ergebnis schon sehr zufrieden und wenn man sich denkt von und wenn man jetzt wirklich mal die kosten anschaut zum vergleich ich meine ob einem jetzt tatsächlich wert ist 1 29 kostet er glaubt wenn es mich jetzt nicht täuscht das auszugeben oder ich mache wirklich vier portionen für ähnliches geld und es ist halt eigentlich wirklich nur ein kleiner zwischen snack und es schmeckt auf jeden fall mindestens genauso gut wenn dir das video gefallen hat dann gibt dem ganzen einen daumen nach oben und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten video wieder tschüss